Hager-Einbach GmbH. Wir sind ein junges, innovatives Bestattungsunternehmen. Es ist unser grosses Anliegen, den letzten Weg eines Menschen mit Würde und Respekt zu begleiten. Beim Trauergespräch werden alle Details für die bevorstehende Bestattung mit Ihnen abgesprochen. Unsere Serg sind grössten Teils aus der eigenen Produktion. Somit können wir für eine grosse Qualität und Sorgfalt für unsere Produkte garantieren. Für alle Überführungen benutzen wir unser modern ausgestattetes Bestattungsfahrzeug. Somit ist eine würdevolle und sichere Überführung garantiert. Wir besitzen eine grosse Auswahl an Urnen. Somit können allen Bedürfnisse für die letzte Truhe entsprochen werden. Die letzte Truhe-Stätte muss heutzutage nicht zwingend auf einem Friedhof sein. Eine mögliche Alternative kann ein Waldfriedhof sein. Eine weitere Möglichkeit ist eine Seebestattung im Vierwald Städtersee. Es wäre schön, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken für den letzten Gang von Ihrem geliebten Angehörigen.